So, Leute, ich habe jetzt Feierabend. Harz war heute Berufsschule. Heute Morgen wieder Kamera vergessen. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, die Kamera mitzunehmen. Aber wir gehen jetzt erstmal raus ins Auto. Wir müssen nämlich jetzt Hundefutter für den Hund rausholen. Ich war nämlich gerade im Fressnapfel noch einkaufen. Und heute Abend habe ich Fußballtraining. Und dann gucken wir mal, was wir in der Zwischenzeit noch alles so tun. Leute, beobachtet ihr mich etwa beim Pepsi trinken? Nein, Quatsch, richtig schlecht geschaut. Ich will also richtig RTL-Like. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr lieber trinkt. Pepsi oder Coca-Cola? Leitfutter für den Hund. Sammy, komm mal her. Guck mal, was ich für dich gekauft habe. Guck mal, es ist nur für dich. Ist es lecker? Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gekauft. Ganz viele Kekse. Wir gehen jetzt an den PC, weil heute haben wir was ganz Besonderes vor. Ich schenke heute einem Zuschauer von euch einen Battle Pass. Das heißt, wir gehen jetzt am PC. Wir sind schon da. PC ist noch nicht an. Aber wir machen jetzt an und dann. Ja, jetzt ist es an. Das Update muss noch laden. Bedeutet, wir gehen jetzt mit dem Hund eine Runde raus. Ich bin jetzt mit dem Sam draußen. Der wartet da vorne. Aufs Kommando. Komm her. Jawohl, da kommt auch schon. Let's go. Ich bin jetzt mal mit ihm ein bisschen draußen. Und dann muss ich mich ja schon fertig machen. Dann muss ich zum Training. Und dann müssen wir jetzt gleich noch den Battle Pass verlosen. Ich bin gespannt, wer ihn von euch kriegt. So, wir versuchen mal wieder, die Kühe zu locken. So Leute, auf geht's zum Fußballtraining. Ich bin wirklich absolut K.O. Eigentlich würde ich lieber gerne zu Hause liegen bleiben. Aber so, bevor wir aber losgehen. Ich habe hier noch meine Zeichenplatten vergessen, die ich noch reinräumen muss. Die müssen wir jetzt noch reinräumen, aber erstmal abends auf. So Leute, Training ist jetzt Ende. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Und dann geht's ab und unter die Dusche, auf die Couch. Und dann ist der Tag finito. Ich bin am Arsch wirklich. Absolut. Boys and Girls. Wahrscheinlich eher Boys als Girls. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin frisch geduscht. Boah, ich sehe aber mega sexy aus. Ja, ich setze mich jetzt mal ganz kurz an den PC. Gucke mir eure Kommentare zum letzten Vlog an. Beantworte diese. Und dann lege ich mich ins Bettchen. Ich trinke gleich noch einen ganz eiskalten. Einen ganzen Liter eiskalten Eistee. Oder vielleicht auch so einen halben Liter eiskalte Milch. Da freue ich mich schon drauf. Und dann geht's ins Bettchen. Und dann, Leute. Es ist jetzt das zweite Training nach Corona gewesen. Und für mich war es das vierte Training nach meiner Knie-OP. Nach meiner zweiten Knie-OP. Und davor habe ich auch schon Monate nichts gemacht. Nur halt Reha zwischendurch. Dann halt nach der OP und alles. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Die Knie machen gar nicht mit. Zum Glück spielen wir nur Kreisliga. Das heißt, es geht um nichts. Ich brauche mir da meine Knie auch nicht riskieren. Wenn es nicht klappt. Wir haben Torwart Magen. Dann stelle ich mich halt ins Tor. Und dann gucken wir einfach mal. Aber bis jetzt sieht es so lala aus. Wir gucken einfach mal, wie es nächsten Monat aussieht. Ich hoffe, ich bin bis dahin noch fit. Ausgesucht habe ich mir Twitch-JustLeon. Jetzt müssen wir ihn noch finden. Und ich habe gerade schon mal durchgeguckt. Und es gibt eine schlechte Nachricht. Twitch-JustLeon. Den gibt es in meiner FA nicht. Ich gucke jetzt hier nochmal eben ganz schnell durch. Wenn es ihn nicht in meiner FA gibt. Dann bitte alle in die Kommentare schreiben. Und ja, jeder der Bock hat, den Battle Pass zu gewinnen. Ich heiße auf... Ich heiße auf... Oder in Fortnite Nigo YT. Ich zeige es euch gleich aber nochmal. Schreibt in die Kommentare euren Fortnite-Namen. Edit mich in-game. Tragt mein Creator-Code Nigo offizial ein. Und dann suche ich mir morgen im nächsten Daily Vlog. Suche ich mir dann einen neuen Gewinner. Sofern er jetzt hier nicht drin ist. Und ich sehe ihn nicht. Nein. Das heißt, folgende Name in die Kommentare schreiben. Mir auf Fortnite folgen. Nigo X-C. Ich zeige euch nochmal ganz schnell hier mein Name. Und zwar mein Name ist Tatsache. Gelogen oder nicht gelogen. Ah ne, Quatsch. NES. NES-Nigo folgen. Greater Codes Nigo offizial einfragen. Jetzt kann ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Greater Codes Nigo offizial eintragen. In die Kommentare oben vorne am Schreiben. Dann seid ihr dabei. Und der nächsten Vlog wird ausgelost. Ich liege gerade im Bett. Einfach mal riesen Becher mit Eiswürfeln und Eistee, Leute. Boah, ich muss es mir. Ich lasse es mir gerade so gut gehen. Es ist einfach absolut. Ich bin absolut am Arsch. Und ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Ich werde mir jetzt hier noch 10 Minuten einen schönen Abend machen. Und werde dann meine Augen schließen. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Unspektakulärer Tag. Aber wir sehen uns morgen 20 Uhr. Lasst ein Like und ein Abo. Da würde mich mega freuen. Das heißt, wenn ich aufwache. Und ihr habt alle ein Like und ein Abo da gelassen. Und ihr seht das dann. Da bin ich ja direkt glücklich.